Preist Gott, preist Gott. Es ist gut, wieder hier bei euch zu sein. Ich habe euch alle vermisst. Okay, schon nicht schlechter Applaus. Ich versuch's nochmal. Ich habe euch alle vermisst. Als eben mein Name angekündigt wurde, habe ich von hinter der Bühne O gehört und dann kam der Applaus. Haben euch die Predigten von Pastorin Lien und Pastor Lorenz die letzten Wochen gesegnet? Ich kann euch sagen, wir sind so froh, dass wir Leute haben, die einspringen und in der jeweiligen Woche das Rema-Wort bringen können. Genau den richtigen Impuls für die Zeit. Ich habe mir die Predigten im Urlaub angeschaut. Ich habe sie mir nicht angeschaut, um Fehler zu finden. Ich habe sie mir angeschaut, um gesegnet zu werden, um erbaut zu werden, um inspiriert zu werden. Und die Predigten von beiden haben mich gesegnet. Als Pastor ist es immer spannend, weil man auch im Urlaub seine Berufung nicht abschaltet. Das, was Gott im Laufe der Jahre in mich hineingelegt hat. Die Menschen, denen ich begegne, sehe ich auch im Urlaub als Verlorene, als Menschen, die den Herrn suchen. Nur suchen sie diese Liebe an den falschen Orten. Ich sehe heute eine Welt, die sich mit ihrer Schande bekleckert. Ich sehe eine Welt, die ihren eigenen Weg gehen will. Menschen halten sich für progressiv, für modern, so als würden sie einen ganz neuen Weg beschreiten. Dabei sind sie in Wirklichkeit regressiv. Sie gehen zurück zu den Zeiten des Alten Testaments, den Zeiten Abrahams, Davids und ganz besonders der Zeit der Richter, wo es heißt, jeder tat, was er in seinen eigenen Augen für richtig hielt. Was meinst du, geschieht das heute? Die Einstellung ist, entscheidend ist nicht, was jemand anders sagt oder was die Regierung sagt oder was mein Pastor sagt. Entscheidend ist, was ich sage und wie ich mich fühle. Ich komme zum Gottesdienst, wann ich will. Wenn ich keine Lust habe, komme ich nicht. Das Neue Testament hingegen lehrt, dass wir einander dienen und lieben sollen. Wir sollen unsere Gaben beitragen. Heute zählt vor allem die Unabhängigkeit. Viele Menschen fragen sich nicht mehr, warum wurde ich geboren, welche Bestimmung hat Gott mir in die Wiege gelegt? Gott hatte schon eine Bestimmung für mich, als ich noch im Mutterleib war. Und das gilt für jeden von euch. Wer nur für sich selbst leben will, wird feststellen, dass er sein Leben verliert. Das ist ja das Paradoxe. Willst du das beste Leben haben, ein erfüllendes Leben, ein Leben voller Liebe, Freude und Friede? Dann beneide nicht die Promis. Ihr Leben ist total eingeschränkt. Aber sie fliegen doch first class, sie übernachten in den besten Hotels. Ja, aber sie können nicht einfach in den Foodcourt gehen wie ihr. Momentan gibt's dort zwar nicht viel Reis mit Hähnchen, aber du kannst problemlos in den Foodcourt spazieren. Du kannst die Straße entlang gehen, ohne dass Leute über dich herfallen. Ach Pastor, dagegen hätte ich nichts. Ja, beim ersten Mal nicht. Aber mit der Zeit wächst der Frust. Das habe ich schon miterlebt. Ich bin in der Gegenwart weltberühmter Promis gewesen und ich habe gesehen, wie viel Angst sie davor hatten, ein Foto von sich machen zu lassen. Wegen all dem, was sie schon durchgemacht hatten, all der juristischen Dinge, all der Lügen. Gott hat dir eine Bestimmung mit in die Wiege gelegt. Aber die Versessenheit von Größe und Berühmtheit kann von dieser Bestimmung ablenken. Ich will berühmt sein. Auf Social Media sollen mich alle kennen. Ich kann das sagen, obwohl du vielleicht sagst, Pastor Prince, du bist auf Social Media gänzlich unbekannt. Aber ich glaube, dass ich da eine gewisse moralische Autorität habe, um sagen zu können, dass das Bestreben danach leer ist. Bekanntheit zu erlangen, verleiht dem Leben keinen Sinn. Dein Leben muss nicht groß sein, um schön zu sein. Im Gegenteil, in kleinen Dingen liegt viel Schönheit. Einige Menschen bewundern einen majestätischen Berg, übersehen aber die Schönheit einer kleinen Blume auf dem Berg. Sie bewundern einen majestätischen Baum, übersehen aber die feine Schönheit der einzelnen Blüten. Sie übersehen die schönen Edelsteine, die zwischen den Felsen und Spalten des Berges zu finden sind. Jeder will der Berg sein. Dabei liegt so viel Schönheit in kleinen Dingen. Hältst du dein Leben für unbedeutsam? Dann möchte ich dir sagen, es kann schön sein und eine Bestimmung haben. Du kannst morgens mit einem erfüllenden Gefühl aufwachen. Ruhm und Reichtum hinterherzulaufen ist nicht erfüllend. Das sage ich dir. Gut erkannt zu werden und das zu benutzen, um zu dienen und zu segnen. Das ist erfüllend. Aber wenn Menschen hinter einem herlaufen, nur weil man berühmt ist, das ist nicht erfüllend. Ich möchte euch von einer Begebenheit im Urlaub erzählen. An einem Abend sagte ich meiner Familie, dass ich einen Spaziergang allein durch den Park machen wollte. Ich war länger mit der Familie zusammen gewesen und wollte etwas allein sein. Außerdem war es sehr kalt und ich wollte nicht, dass sie zu der Uhrzeit draußen sind. Ich sagte, ich will etwas im Park spazieren gehen. Ich weiß nicht genau, warum. Irgendwie hatte ich den Drang dazu und ich setzte meine Maske auf. Wir Singapurer sind Gewohnheitstiere und sehr gesetzestreu. Selbst in anderen Ländern bleiben wir unseren Gesetzen treu. Richtig? Also setzte ich meine Maske auf, obwohl man das im Park gar nicht musste. Ich trug die Maske auch wegen des kalten Wetters und weil sie mich etwas wärmte. Also ich trug die Maske, obwohl ich ganz allein durch den Park ging. Ich atmete die frische Parkluft ein und dann beschloss ich, ich glaube, ich setze mich hier mal eine Zeit lang hin. Ich war schon einige Zeit durch den Park spaziert, hatte mich körperlich betätigt und nun setzte ich mich auf eine Bank. Eine Bank, wie in dem Film Forrest Gump. Es war ein sehr stiller Abend, weil zu der Uhrzeit nicht mehr viele Menschen draußen waren. Das war nämlich spät am Abend und die meisten Menschen waren zu Hause. Also ich setzte mich dort auf eine Parkbank und einige wenige Menschen gingen an mir vorüber. Einige Jogger kamen vorbei. Dann ging eine Frau an mir vorüber und dann ging sie wieder einige Schritte zurück. Auch war ich still, man konnte mich also nicht an meiner Stimme erkennen. Die Frau fragte mich, sind Sie Joseph Prince? Ich erwiderte ja. Als ich sie später fragte, woher sie das wusste, sagte sie, ich bin an ihnen vorbeigegangen und habe sie erkannt. Dann geschah folgendes. Sie hatte mich also erkannt, was mir im Urlaub wiederholt passiert, auch von Kellnern in Restaurants. Aber ich versuche immer, solche Begebenheiten für Gottes Anliegen zu nutzen. Darauf will ich hinaus. Die Frau erzählte mir, ich unterhielt mich auf meinem Smartphone gerade mit meiner Schwester und sagte ihr, ich glaube, ich bin gerade an Joseph Prince vorbeigegangen. Die beiden kannten mich von meiner Sendung. Das war in Europa und sie kannten meine Sendung schon länger. Die Frau fragte mich, ob ich ihrer Schwester am Smartphone Hallo sagen könnte. Ich sagte der Schwester Hallo und sie sagte, oh. Sie war sehr aufgeregt und wir unterhielten uns eine Zeit lang. Bei dem Gespräch ging mir auf, dass zwar die Schwester errettet war, aber die Frau bei mir nicht. Sie war eine attraktive Frau und im Laufe unseres Gesprächs fand ich heraus, dass sie als Sängerin arbeitete. Später fragte sie mich, ob Jesus ihr Talent segnen könne. Sie sagte, oh, ich glaube an Jesus. Und ich glaube an … Sie glaubte an vieles. Ich merkte, dass sie keine wiedergeborene Christin war, sondern sich bloß ab und zu mal mit ihrer Schwester meine Predigten anschaute. Deshalb hatte sie mich erkannt. Während wir uns so unterhielten, lenkte ich das Gespräch aufs Evangelium. Sie sagte mir, können Sie für mich beten? Denn manchmal spüre ich so eine Finsternis. Ich habe das Gefühl, dass da etwas Finsteres in mir ist, das mich zurückhält. Ich glaube, ich muss lernen, das durch Meditation aus mir rauszubekommen. Ich sagte ihr, nein, nur durch Jesus können Sie Befreiung erleben. Jesus ist der einzige Weg. Sie meinte, oh, aber ich glaube doch an Jesus. Ich erklärte ihr, ja, aber glauben Sie an Jesus auf eine Weise, der Ihnen seelischen Frieden bringt. Setzen Sie Ihren ganzen Glauben auf Jesus Christus. Da gab sie zu, nein, ich glaube auch an … Und dann erwähnte sie viele andere Dinge, an die sie glaubte. Es war offensichtlich, dass Jesus für sie nicht wirklich der Sohn Gottes war, nicht der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also erläuterte ich ihr das Evangelium. Und wisst ihr, was dann geschah? Man konnte die Verwandlung in ihr sehen. Wie gesagt, sie war eine attraktive Frau, eine Sängerin, eine Entertainerin. Und als die Finsternis von ihr wich, da strahlte ihr Gesicht. Ich sagte ihr, von nun an ist es Jesus allein, kein anderer. Nichts und niemand sonst auf der ganzen Welt rettet uns. In der Bibel steht, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Außer dem Namen Jesus. In dem Moment, wo sie ihren Glauben allein auf Jesus Christus setzte, als sie sozusagen unter Dach und Fach gebracht wurde, da konnte man den Unterschied sehen. Daraufhin nannte sie ein Gebetsanliegen. Meinen Sie, Jesus kann meine Stimme segnen? Ich habe erlebt, wie der Herr die Stimmen der Menschen hier gesegnet hat. Ich habe mit eigenen Ohren gehört, wie Pastor Mark geklungen hat. Vor zehn Jahren. Und jetzt? Es ist zwar noch keine Weltklasse, aber fraglos eine Verbesserung. Also sagte ich der Frau, klar, der Herr kann ihre Stimme segnen. Dann betete ich für sie, dass sie als Sängerin Erfolg haben möge. Aber ich sagte ihr auch, denken Sie daran, Jesus alle Ehre zu geben. Ihre Schwester hörte bei dem ganzen Gespräch zu und sie freute sich. Sie war so begeistert. Wir verabschiedeten uns voneinander und gingen unsere Wege. Denn es wurde schon dunkel. Dann fragte ich mich, wer hat mir diesen Impuls gegeben, zu dieser Zeit hier draußen zu sein? Denn das war der einzige Abend, an dem ich ohne meine Familie draußen war. Denn die meiste Zeit des Urlaubs widmete ich mich der Familie und richtete mich nach ihr. Die Väter hier wissen bestimmt, was ich meine. Wiedergeborene, vom Geist erfüllte Väter sind bereit, für ihre Familie Opfer zu bringen. Für die Familie opfern sie gerne ihr eigenes Vergnügen auf. Sie verzichten auf das Essen, das sie gerne hätten und essen das, was die Familie will. Keine große Zustimmung? Oder ist es die Frau, die viel für ihren Mann aufopfert? Es muss beidseitig sein, ich weiß. Aber als christlicher Vater und Ehemann, der sich als Oberhaupt der Familie sieht, sollte man besonders opferbereit sein. Jedenfalls habe ich mich so darüber gefreut. Wer hat mir diesen Impuls gegeben? Der Herr. Also jeder von euch hat eine Berufung von Gott, und zwar eine hohe Berufung. Wenn Gott dich beruft und du diese Berufung erfüllst, ich sag dir, dann bist du erfüllter als irgendein Reicher, der behauptet, er könne alle Frauen haben, die er will. Jedes Geld der Welt. Du kannst erfüllter sein als er. Wahrhaft erfüllt. Denn ich sag dir, der andere ist nicht wirklich erfüllt. In ihm ist eine Lehre. Er wacht morgens auf und weiß nicht mehr, mit wem er geschlafen hat. All die weltlichen Dinge, die du dir erträumen kannst, hat Salomo sich nicht nur erträumt, sondern getan. In Prediger sagt er, ich gönnte mir alles, was meine Augen begehrten. Wenn ich eine bestimmte Musik hören wollte, versammelte ich die entsprechenden Musiker. All die Sänger waren bei ihm im Wohnzimmer, um für ihn zu singen. Er probierte alles aus. Er probierte Gartenbau aus, Landwirtschaft. Er probierte Metallurgie aus. Er probierte alles aus. Er hatte die Gabe der Weisheit, um all diese Dinge erfolgreich umzusetzen. Und er sagte, ich gönnte mir alles, was meine Augen begehrten. Doch Prediger beginnt und endet mit der Feststellung, O Nichtigkeit der Nichtigkeiten. Alles ist nichtig. Denk mal darüber nach. Am Ende bleibt nur Lehre. Gott sagt uns, so muss dein Leben nicht sein. Ich gebe dir Erfüllung. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit ihr das Leben im Überfluss haben könnt. Wenn Gott uns einen gewissen Bekanntheitsgrad gibt, dann soll das nicht bloß uns selbst dienen, sondern einem bestimmten Zweck. Und Jesus hat gesagt, wer sein Leben für mich aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Wer sich an sein Leben klammert, wird es verlieren. Vor einigen Wochen hatten wir hier einen Aufruf, beim Kinderdienst mitzumachen. Das erfordert Opfer. Ich weiß das, weil ich als Teenager in der Sonntagsschule mitgearbeitet habe. Es erfordert Opfer. Aber wer bereit ist, diese Zeit aufzugeben, der gewinnt etwas Wertvolleres. Jesus sagt, wenn du das für mich aufopferst, dann wirst du dein Leben gewinnen. Und wenn du es gewinnst, wirst du sagen, wow, was für ein Leben. Es ist sowas von erfüllend. Da kann man am Ende des Tages dann richtig gut schlafen, besonders am Sonntag. Süß schlafen. Und es gibt noch viel mehr Vorzüge. Einige der Personen hier in der ersten Reihe sind schon ganz lange dabei, als wir noch The Rock waren und ich das Predigen nur nebenberuflich machte. Damals war ich hauptberuflich im Geschäftswesen tätig. Und weißt du was? Nachdem ich am Sonntag gepredigt hatte, schloss ich die größten Geschäfte ab. Wie viele von euch können sich noch daran erinnern – das haben schon mehrere unserer Leiter erfahren, dass die besten Geschäfte kommen, wenn man den Zwecken des Herrn dient. Amen. Das kann unser Pastorenteam bezeugen. Wann immer wir nach Israel gehen und uns dort investieren, wird unsere Gemeinde hier gesegnet. Einmal, während ich dort predigte und unsere Reiseführer und Fahrer segnete, während ich das Evangelium weitergab, durch das auch jüdische Menschen errettet wurde, wurde uns die Genehmigung für dieses Gebäude hier gegeben, während ich dort das Evangelium weitergab. Oft geschehen hier Dinge, während wir dort sind. Dinge geschehen, wir kommen zurück zu einer Erfüllung. Es ist häufig so, je mehr man sich um etwas müht, desto vergeblicher ist es. Wer sich anstrengt, um sich selbst zu retten, verliert. Wer sich dagegen keine Sorgen macht, sondern sich für den Herrn einsetzt, der gewinnt. Jesus sagt, wer sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Entschuldigt mich mal kurz. Gute Predigt, Pastor Prinz. Weiter so. Halleluja. Danke, Bruder. Vielen Dank. Amen. Jesus sagt, wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich und das Evangelium aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Denk mal darüber nach. Je mehr du dich abmühst, desto deprimierter wirst du. Je mehr du dich dem Konsum hingibst, desto leerer wirst du. Je mehr du ansammelst, desto weniger hast du wirklich. Du kannst Bekanntheit erlangen und haufenweise Like sammeln und nur noch deprimierter werden. Verschwende deine Zeit nicht darauf. Warte nicht bis zum Ende deines Lebens, um festzustellen, dass du die Berufung verpasst hast, die Gott dir in die Wiege gelegt hatte. Lächle deinen Sitznachbarn an und sage, du hast eine hohe Berufung in Christus. Das gilt für jede Berufung. Ein Vogel, der zum Fliegen gemacht ist, sollte nicht versuchen, zu schwimmen. Erfolg bedeutet das Tun, wozu man geboren ist, wozu Gott einen berufen hat. Versuche nicht, jemand anderes zu sein. Dadurch machst du dich bloß zu einer Kopie, statt echt zu sein. Versuche nicht, wie irgendjemand anders zu sein. Deine Berufung ist einzigartig. Danke, Jesus. Wow, Pastor Prince, du kommst zurück und bombardierst uns mit all diesen Dingen. Nein, ich bombardiere euch nicht. Ich segne euch. Da gibt es einen Unterschied. Kommen wir nun zum Wort Gottes. Wir wollen uns noch einmal Hosea 6 anschauen. Ich weiß, der Heilige Geist hat das auch schon durch Pastor Laurences Predigt angesprochen. Bereits Anfang des Jahres hatte der Herr mir diese Bibelstelle gegeben, weil sie mit Joels Prophetie zusammenhängt, die für unser Jahresthema von Belang ist. Das Jahr der Ruhe und Beschleunigung. Ich sehe, wie sich das bewahrheitet. Wir erleben Ruhe und gleichzeitig Beschleunigung. Dinge passieren ganz schnell, auch in unserer Gemeinde. Du musst dich nicht anstrengen, etwas schnell zu machen. Du kannst ruhen und er macht es schnell. Frage nicht, wann es geschieht. Dein Anteil ist zu ruhen. Du ruhst, er beschleunigt. Preist Gott. Danke, Jesus. Hosea 6. Nach zwei Tagen wird er uns lebendig machen. Am dritten Tag wird er uns aufrichten, dass wir vor ihm leben. So lasst uns ihn erkennen, ja eifrig trachten nach der Erkenntnis des Herrn. Sein Hervorgehen ist so sicher wie das Licht des Morgens, und er wird zu uns kommen wie ein Regenguss, hebräisch Geshem, wie der Spät, Malkosch, und der Frühregen, Jorä, der das Land benetzt. Hier sagt Gott also etwas über das Kommen unseres Herrn Jesus. In diesen beiden Versen gibt er uns einige göttliche Anhaltspunkte. Er sagt, nach zwei Tagen wird er uns lebendig machen. Nun steht in 2. Petrus, hinsichtlich der Auslegung von Tagen in der Bibel, Folgendes. Petrus sagt durch den Heiligen Geist, dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen. Wenn Gott uns sagt, dass wir etwas nicht übersehen sollten, sollten wir es nicht übersehen. Wir neigen dazu, gerade das zu behalten, von dem Gott uns sagt, dass wir es vergessen sollten. Die Bibel ruft uns auf, dass wir das, was vorher war, vergessen sollen. Wir leben nicht in der Vergangenheit, sondern jetzt. Die Vergangenheit ist vergangen. Vergangen. Einige von uns leben auch in der Zukunft. Wie? Indem wir uns über die Zukunft Sorgen machen. Dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag. Wenn du um etwas betest und Gott sagt, warte eine Minute, musst du ausrechnen, wie lange das ist. Nein, ich scherze nur. Gemeint ist, dass Gott außerhalb der Zeit steht, verstehst du? Aber trotzdem gibt es hier ein Prinzip, dass Tage mit tausend Jahren gleichgesetzt werden. Und das können wir auch auf Hosea anwenden. Nach zwei Tagen wird er uns lebendig machen. Am dritten Tag wird er uns aufrichten, dass wir vor ihm leben. Das Wort, das hier mit lebendig machen übersetzt wird, ist ein hochinteressantes Wort in der Bibel. Und zwar bedeutet es, jemanden ins Leben zurückzurufen. Wann? Nach zwei Tagen. Soll heißen, nach zweitausend Jahren. Gibt es heute eine Generation, die zweitausend Jahre nach dem Kommen von Jesus am Leben war? Kommt, darf ich sie mal hören? Ist diese Generation lebendig? Ja, das habe ich mir gedacht. An euren Gesichtern kann ich es schwer ablesen, weil ich nur ein Viertel eurer Gesichter sehen kann. Da müsst ihr ganz doll mit euren Wimpern zucken oder besonders laut Amen rufen, damit ich weiß, dass es bei euch ankommt. Also, nach zwei Tagen. Wir befinden uns nicht innerhalb dieser zwei Tage, nicht vor den zwei Tagen, sondern nach den zwei Tagen. 2000 Jahre nachdem Jesus kam. Unserem gregorianischen Kalender zufolge ist es das Jahr 2022. Die genauen Jahre der Geburt und des Todes von Jesus sind zwar nicht bekannt, Experten streiten sich darüber, aber plus minus weniger Jahre stimmt die Zahl. Das bedeutet, wir befinden uns am frühen Morgen des dritten Tages. Jesus ist am dritten Tag auferstanden. Das ist ein Muster für uns. Und wann genau ist er auferstanden? Ein göttlicher Wink mit dem Zaunpfahl. Er ist am frühen Morgen auferstanden. Wir befinden uns in dieser entscheidenden Zeit. Aber Pastor, nach zwei Tagen kann doch auch am Ende des dritten Tages bedeuten, also nach 3000 Jahren. Nein, nein, nein. Jesus ist früh am Morgen des dritten Jahrtausends. Wir sind diese Generation. Was wird geschehen? Als erstes kommt nicht die Entrückung, obwohl die Entrückung sich jederzeit ereignen kann, aber erst macht er uns lebendig. Was bedeutet das? Dass wir viel Wiederherstellung erleben werden, auch gesundheitlich. Darauf wird eine starke Betonung liegen, weil die Welt keine Lösungen für all die kommenden Seuchen haben wird. Schon jetzt gibt es alle möglichen Seuchen. Als ich Europa verließ, da sah ich beispielsweise in den Nachrichten, dass im Abwasser von London der Poliovirus gefunden wurde. Wegen dieses Poliovirus im Abwasser wurde ein Notfall ausgerufen. Ich dachte, Polio wäre ausgemerzt. Jetzt ist es zurück. Auch Tuberkulose war in den Industrieländern eigentlich besiegt, richtig? Jetzt ist sie wieder da. Und nicht nur alte Krankheiten kommen zurück, sondern neue kommen hinzu. Einige Kinder kennen es gar nicht, in öffentlichen Gebäuden Gesichter zu sehen. Sie kennen das Schulleben nur maskiert. Traurig. Wir müssen uns klarmachen, dass die Welt sich verändert hat. Die Welt ist nicht mehr dieselbe wie noch vor fünf Jahren. Etwas geht vor in der Welt. Und kein Experte kann daran etwas ändern. Es ist Zeit, dass wir erkennen, was die Bibel uns sagt. Ja, Jesus hat gesagt, wenn all diese Dinge geschehen, erschreckt nicht. Wir müssen nur wissen, dass das Ende naht. Erhebt eure Häupter, denn eure körperliche Erlösung naht. Wenn Jesus wiederkommt, wirst du einen Körper haben, der nie alt wird, nie wieder krank wird. Für immer, lieber Zuschauer, für immer. Du wirst nicht wie ein Gespenst umherschweben, sondern einen Körper haben. Die gleiche Art von Körper wie Jesus bei seiner Auferstehung. Ein Körper, der essen kann. Und ihr alle sagt, Amen, kein Mangel an Reis mit Hähnchen. Amen? Oder was es auch für Gerichte im Himmel gibt. Vergiss nicht, wer dir all diese Geschmacksnerven gegeben hat. Gott. Und noch einen zusätzlichen Geschmacksnerv für Umami. Gott hätte uns ja auch nur mit einem einzigen Geschmack schaffen können. Würde für uns alles bitter schmecken, würden wir den Unterschied gar nicht kennen. Von Anfang an. Doch Gott hat uns mit vielfältigen Geschmackserlebnissen beschenkt. Auch unsere körperlichen Sinne kommen von Gott. Begeisterung. Vergnügen. All das hat Gott uns gegeben. Ihm zur Ehre. Und weil er uns liebt. Amen? Also du darfst wissen, dass dein neuer Körper noch viel besser sein wird. Magst du die Vergnügung des irdischen Lebens? Dann stell dir vor, welches Vergnügen dir dein neuer Körper bereiten wird. Wir haben uns an den Sündenfall gewöhnt. An das Abnormale. An einen faden Geschmack. Im Himmel dagegen, du lieber Himmel. Geh aber noch nicht dorthin, okay? Hab keine persönliche Entrückung. Aber du darfst dich darauf freuen. Also, in Hosea heißt es, nach zwei Tagen wird er uns lebendig machen. Am dritten Tag, wir sind die Menschen dieses dritten Tages, wird er uns aufrichten. Das deutet wahrscheinlich auf die Entrückung hin. Denn als nächstes steht hier, dass wir vor ihm leben. Buchstäblich, Auge in Auge. Wir werden ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Folgst du mir soweit? Weiter steht hier, so lasst uns ihn erkennen, ja eifrig trachten nach der Erkenntnis des Herrn. Sein Hervorgehen ist so sicher wie das Licht des Morgens. Und er wird zu uns kommen wie ein Regenguss, hebräisch Geshem, wie der Spät- und Frühregen, der das Land benetzt. In Israel gibt es jährlich zwei Regenzeiten. Regen zur rechten Zeit ist ein Zeichen des Segens Gottes. Niemand kann den Regen kontrollieren, er hängt von Gott ab. Man kann den Samen säen, aber man ist ganz von Gott abhängig, dass er den Regen schickt. Ich meine das ganz buchstäblich, nicht nur im übertragenen Sinn hinsichtlich unserer Finanzen. Bei jedem Samen, den wir säen, sind wir von Gott abhängig, dass die Ernte kommt. Es ist Gott, der die Ernte schenkt. Im antiken Israel, auch heute noch, findet das jüdische Neujahrsfest so um unseren September statt. Und der erste Regen des Jahres kommt meist Ende Oktober. Ende Oktober, Anfang November. Das ist der Frühregen. Dieser Regen lässt den frisch gesäten Samen keimen. Der Bauer hat gerade seinen Samen ausgestreut. Aber es hängt vom Frühregen ab, dass der Samen noch keimt. Sobald er einen grünen Keim sieht, weiß er, dass alles gut ist. Der Spätregen kommt dann im März. Durch die Regenzeit im März wird das Getreide für die Ernte prall gemacht. Dann ist es für die Ernte bereit. Diese beiden Regenzeiten spielen in der Bibel eine ganz wichtige Rolle. Die erste ist für die Saat und die andere für die Ernte. Und weißt du was? In Jakobus sagt die Bibel, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen hat. Wir leben definitiv in der Zeit des Spätregens. Wir sehen, wie die Ernte kommt. Aber all der Regen kommt von Gott. Der Regen versinnbildlicht die Kraft des Heiligen Geistes. Deshalb, wenn man beim hebräischen Wort für Frühregen, jore, den ersten Buchstaben durch ein M, ein Mem, ersetzt, wird daraus more, was Lehrer bedeutet. Denn ein guter Lehrer gibt Worte des Lebens weiter. Worte der Weisheit. Worte der Kraft und Schönheit, die die Hörer erfrischen. Amen. Der Spätregen – das hebräische Wort dafür ist Malkosch – kommt kurz bevor die Ernte reif ist. Aber die Ernte kommt nicht in der Zeit des Sähens. Also wollen wir Geduld haben. Es gibt auch in unserem persönlichen Leben verschiedene Jahreszeiten. Vielleicht sind wir gerade in der Zeit des Frühregens. Wir spüren die Kraft Gottes in einer Veranstaltung. Doch dann lassen die positiven Resultate auf sich warten. Das bedeutet, dass wir uns gerade in einer Zeit des Sähens befinden. Die Saat keimt und wächst. Alles hat Gott schön gemacht zu seiner Zeit. In der Zeit des Spätregens – und allgemein gesprochen glaube ich, dass wir uns jetzt in dieser Zeit befinden – werden wir eine große Ernte erleben, bevor Jesus wiederkommt. Einmal hat der Herr mir gesagt, dass meine beiden Kinder Zeichen für den Früh- und den Spätregen sind. Dass Kinder so etwas versinnbildlichen können, ist der Bibel nicht fremd. Denn auch Jesajas zwei Söhne, Shea Yashub und Maher Shalal Hashbas, waren prophetische Zeichen. Auf ähnliche Weise zeigte der Herr es mir. Da meine Tochter Jessica Anfang November geboren wurde, der Zeit des Frühregens, und mein Sohn im März, der Zeit des Spätregens, sind die beiden für mich ein Zeichen, dass ich die Erfüllung des Früh- und Spätregens erleben werde. Und das, was für mich als Pastor dieser Gemeinde gilt, gilt auch für euch. Preist dem Herrn! Amen! Wir müssen uns bewusst machen, dass der zweite Tag nun hinter uns liegt. Was wird geschehen? Gott hat Abraham versprochen, dass durch seinen Samen – das heißt, durch Christus – die ganze Welt gesegnet würde. Richtig? Das ist vorherbestimmt. Es geschieht so, wie es bestimmt ist. Israel war die erste Nation, die das Evangelium gehört hat. Gott sandte seinen Sohn als einen Juden, geboren im Volk Israel, in Bethlehem, Judäa. Doch als Jesus von Israel abgelehnt wurde, da wurde er zum Brot des Lebens für die nicht-jüdische Welt. Genau wie Josef zwar von seinem Vater geliebt war, aber von seinen Brüdern abgelehnt wurde, so ist auch Jesus von seinem Vater geliebt, wurde von seinen Brüdern, seinen Landsleuten aber abgelehnt. Und genau wie Josef die Welt mit Brot versorgte, so wurde Jesus zum Brot des Lebens. Denkt mal drüber nach. Nicht-Juden sagen Ja zu Jesus. Und 2000 Jahre lang erleben sie Gottes Segen. Die vielen Errungenschaften der Zivilisation, die Meisterwerke der Kunst und die medizinischen Durchbrüche sind durch die Hinwendung zu Jesus gekommen. Die heutige Generation genießt die Früchte davon. Aber Gott hat Israel nicht vergessen. Obwohl Josef die Heiden mit Brot versorgte, vergaß er seine Brüder nicht. Und später gab er sich ihnen zu erkennen. Jetzt aufgepasst. Was wird passieren, nachdem Jesus uns entrückt? Was für ein Fest werden wir dort oben haben? Ein Hochzeitsfest. Amen? Jetzt schau, was in Johannes 2 steht. Und am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana. Am dritten Tag. Sag mal, am dritten Tag. Es gibt keine unbedeutenden Details in der Bibel. Wenn in der Bibel steht, dass etwas am dritten Tag geschah, dann gibt es dafür auch einen Grund. Am dritten Tag war eine Hochzeit. Und auch Jesus wurde samt seinen Jüngern zur Hochzeit eingeladen. Der Vater schmeißt eine Hochzeit für seinen Sohn und dessen Braut. Wann? Am dritten Tag. Unsere Generation. Wir sind die einzigen, die sagen können, dass wir Christen des dritten Tages sind. Viele Christen haben vor dem Jahr 2000 gelebt. Martin Luther konnte nicht sagen, ich bin ein Christ des dritten Tages. Aber wir können das. Hört ihr? Wir sind Christen des dritten Tages. Was steht uns bevor? Eine Hochzeit. Es wird eine Hochzeit geben. Nach der Entrückung wird es als erstes eine Hochzeit geben. Amen? Es wird auch eine Lohnverteilung geben vor dem sogenannten Bemasitz von Christus. Und dann eine Hochzeit. Jetzt kommen wir zur nächsten Bibelstelle, Kapitel 4. Kennst du die Geschichte von Jesus und der Frau am Brunnen? Ja. Ich weiß, ihr alle kennt nun die Geschichte von einem Pastor und einer Frau im Park. Ganz ähnlich wie Jesus und die Frau am Brunnen. Jesus tut so was immer noch, liebe Leute. Jesus sprach also mit der Frau am Brunnen. Und wenn man zählt, wie viele Antworten er ihr gab, sind es genau sieben. Jesus sagte ihr, dass sie fünf Männer gehabt hatte. Fünf Männer hast du gehabt. Und doch war sie noch nicht gesättigt. Tief im Inneren sehnte sie sich nach jemandem. Sie suchte nach Liebe an den falschen Stellen. Weiter sagte Jesus ihr, und der Mann, mit dem du jetzt lebst, ist nicht dein Ehemann. Sie hatte also fünf Ehen gehabt, alle geschieden. Und nun lebte sie unehelich mit einem Mann. Insgesamt hatte sie also sechs Männer, richtig? Und nun begegnete sie dem siebten Mann. In der Bibel ist sieben die Zahl der Vollkommenheit. Sie begegnete dem siebten Mann, und da war ihr Durst gestillt. Halleluja. In sieben Aussagen machte Jesus dieser Frau klar, wer er ist. Als die Frau sagte, wenn der Messias kommt, erwiderte Jesus, ich bin's. Da wurde sie auf der Stelle zur Evangelistin. Sie ging in die Stadt von Samaria, die nicht jüdisch war, und erzählte von Jesus. Aber jetzt aufgepasst! Die Bewohner kamen zu Jesus und baten ihn, bei ihnen zu bleiben. Wie lange blieb er bei ihnen? Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben. Und er blieb zwei Tage dort. Zwei Tage, in denen Gott sich den Nichtjuden zuwendet. 2000 Jahre für die Nichtjuden. Liebe Leute, ich zeige euch, wo wir prophetisch gesehen jetzt stehen. Nachher will ich dann noch etwas praktischer werden und über unsere gegenwärtigen Nöte sprechen. Über die Haltung, zu der Gott uns einlädt. Ich weiß, allein in den letzten Wochen sind die Lebenshaltungskosten stark gestiegen. Ich weiß das, und der Herr weiß es. Euer Vater weiß, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn bittet. Ich muss nicht mal den ganzen Vers zitieren. Bloß euer Vater weiß. Dann wird es ganz persönlich, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn darum bittet. Aber ich habe noch gar nicht gebetet, Pastor. Schon bevor du ihn bittest. Das hat Jesaja auch über die Endzeit prophezeit. Ehe sie rufen, will ich antworten. Während sie noch reden, will ich sie erhören. Wie viele von euch würden sagen, dass ihr das bereits erlebt? Ihr kamt gar nicht zum Beten. Ihr hattet geplant zu beten. Ihr wolltet beten. Aber das Gebet wurde schon erhört, bevor ihr es überhaupt beten konntet. Dies ist das Jahr der Beschleunigung. Bevor wir überhaupt loslegen, sind wir schon am Ziel. Da fragt man sich, wie ist das geschehen? War das wirklich Gott? Denn ich habe ihn noch nicht mal gebeten. Ja, es ist Gott. Ehe sie rufen, will ich antworten. Während sie noch reden, will ich sie erhören. Das ist eine Prophetie in der Bibel. Das erlebt unsere Generation, die Generation des dritten Tages. Hört ihr? Jesus hat sich also die letzten 2000 Jahre besonders der Nichtjuden angenommen. Und noch viel mehr Leute glaubten, um seines Wortes willen. Erleben wir das? Ja, immer mehr. Aber er hat die Juden nicht vergessen. Schau, was danach passiert. Und zu der Frau sprachen sie, nun glauben wir nicht mehr um deine Rede willen. Wir haben selbst gehört und erkannt, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt, der Christus ist. Nach den zwei Tagen – wir sind die Generation nach den zwei Tagen, richtig? Okay. Er zog fort und ging nach Galiläa. Er verließ den Nichtjuden, um zu seinem eigenen Volk zurückzukehren. Woher ich das weiß? Galiläa ist ziemlich groß. Wo genau in Galiläa ging er hin? Jesus kam nun wieder nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Das ist wiederum ein Hinweis, dass es eine Hochzeit geben wird. Nachdem er sich 2000 Jahre lang den nicht-jüdischen Völkern gewidmet hatte, wendet er sich nun wieder dem jüdischen Volk zu, den Galiläern. Und dann gibt es ein Fest. Denk an die Geschichte von Lazarus, den Jesus von den Toten auferweckte. Als die Botschafter zu Jesus kamen, war er gerade in Betabara, auf der anderen Seite des Jordans. Diese Bedeutung ist im Namen Betabara enthalten. Hinüber. Die Stadt lag auf der nicht-jüdischen Seite. Jesus war dort. Doch dann erreichte ihn die Nachricht, dass Lazarus todkrank war. Lazarus und seine Schwestern Martha und Maria waren Juden. Nun weist die Bibel in Johannes Kapitel 11 extra darauf hin. Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Als Israel Jesus ablehnte, hörte er nie auf, sein Volk zu lieben. Aber Gott respektiert unseren Willen. Wer ihn nicht im Leben haben will, dem gewährt er Abstand. Er beschenkt zwar auch solche Menschen mit seinem allgemeinen Segen. Er lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Gott schenkt fruchtbare Ernten und all das. Aber wer sich von ihm nicht erretten lassen will, wer den Segen nicht haben will, auf den es in alle Ewigkeit wirklich ankommt, wer kein erfülltes und überfließendes Leben von ihm haben will, wer das nicht wünscht, dem zwingt er seinen Segen nicht auf. Denk immer daran. Gott respektiert deine freie Entscheidung. Er hat dir Willensfreiheit gegeben. Gäbe es sie nicht, würde die ganze Welt jetzt nicht in Schwierigkeiten stecken. Dann wäre jeder gehorsam. Die Welt wäre eine perfekte Utopie. Aber will das Gott? Nein. Er will Willensfreiheit. Allerdings birgt das ein Risiko. Gib nicht Gott die Schuld. Gib dem Menschen die Schuld dafür, dass er sich für das Falsche entschieden hat. Und nebenbei bemerkt, man sollte nicht so kindisch sein, sich für das Falsche zu entscheiden, aber mit guten Resultaten zu rechnen. Weißt du, wie man Wahnsinn definieren kann? Immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Das habe nicht ich gesagt. Es wird Einstein zugeschrieben. Immer wieder das Gleiche tun und andere Ergebnisse erwarten. Amen? Jetzt wirf deinem Ehepartner keine vielsagenden Blicke zu. Das gilt für uns alle. Nicht nur für deine Frau, für uns alle. Okay, also. Jesus liebte Martha und ihre Schwester. Jesus liebt Israel. Als er nun hörte, dass Jena krank sei – Israel lag im Sterben – blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er war. Wie viele Tage? Er blieb noch zwei Tage an dem Ort der Nichtjuden, richtig? Und was geschah nach diesen zwei Tagen? Dann sagte er – wann? Am dritten Tag. Lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Er nimmt sich wieder der Juden an. 1948 sind sie auf übernatürliche Weise wieder zu einer Nation geworden. Gott brachte sie aus dem Feuer des Holocaust. Er brachte sie aus dem Norden, Süden, Osten und Westen zurück in ihr Land. Nach 2000 Jahren der Zerstreuung sind sie zurückgekommen. Gott wendet sich ihnen jetzt wieder zu. Wir befinden uns gerade in der Übergangsphase. Gott hat mit den Nichtjuden noch nicht abgeschlossen. Es wird noch eine große Erweckung geben. Wir erleben bereits ihre Anfänge – in unserer Gemeinde und auf der ganzen Welt. Und dann wird er sich wieder ganz Israel zuwenden. In dieser Übergangsphase liegt sein Augenmerk auf beiden. Wir sind die einzige Generation, die das sagen kann. Denn während der vergangenen zwei Tage lag Gottes Augenmerk auf den Nichtjuden. Aber jetzt ist auch Israel wieder dran. Heute gibt es mehr Gläubige in Israel als je zuvor. Das kann ich bezeugen. In Israel findet eine Erweckung statt. Jesus sagte zu seinen Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Judäa. Daher kommt das Wort Jude. Siehst du die sinnbildliche Bedeutung dieses Satzes? Man denke auch an die Geschichte von Joshua. Gott sagte ihm, er solle die Priester anweisen, die Bundeslade in den Jordan zu tragen. Zu dem Zeitpunkt ging der Jordan über seine Ufer. Es war ein reißender Fluss. Man konnte ihn unmöglich überqueren. Man würde von ihm mitgerissen werden, ganz bis zum Toten Meer. Man würde tot im Toten Meer landen. Gott sagte ihnen, ihr werdet den Jordan überqueren. Allerdings mussten die Priester erst in den reißenden Strom treten. Das ist ein Prinzip der Versorgung und des Eingreifens Gottes. Vielleicht sagst du, aber Pastor, ich sehe die Versorgung nicht, ich sehe den Regen nicht. Der Regen kommt. Aber ich sehe ihn noch nicht. Alles hat seine Zeit. Der Frühregen kommt nicht in der Zeit des Spätregens. Und der Spätregen kommt nicht in der Zeit des Frühregens. Alles hat seine Zeit und seine Bestimmung. Okay? Jetzt hör zu. Lerne das folgende Prinzip. Gott schenkt dir seine Gnade nicht schon, bevor du sie brauchst. Erst mit der aufkommenden Not kommt auch die entsprechende Gnade. Hört ihr, Leute? Wie gesagt, der Jordan war zu dem Zeitpunkt ein reißender Strom. Nicht wie heute, okay? Heute wird der Jordan in verschiedene Ströme geleitet, auch um Jordanien mit Wasser zu versorgen. Deshalb ist der Fluss heute viel schmaler. Damals war er ein breiter Fluss, der im Frühling ausuferte. Das war keine gute Zeit, um ihn zu überqueren. Daran änderte sich auch nichts, solange die Israeliten in ihrem Lager blieben. Er war weiterhin ein reißender Fluss. Auch als sich die Israeliten ihm nahten, gab es noch keine Veränderung. Was sagte Gott also? Da machte sich Joshua früh auf, und sie zogen aus Sittim nach drei Tagen. Siehst du das? Siehst du das? Nach drei Tagen aber gingen die Vorsteher durch das Lager. Und dann sagte der Vorsteher etwas, was auch für uns gilt. Eine Botschaft für unsere Generation. Wir sind diejenigen, die das Ende des zweiten Tages erlebt haben. Die den Anbruch des dritten Tages erleben. Wir sind Christen des dritten Tages. Seid ihr bei mir? Kommt, Leute. Ihr dürft begeistert sein, dass wir in prophetischen Zeiten leben. Andere Generationen hätten sich gewünscht, ach, könnten wir nur am Anfang des dritten Tages leben. Was nach dem zweiten Tag alles geschehen wird. Was Jesus nach dem zweiten Tag alles tut. Richtig? Wir sind diese Generation. Amen. Wann wurdest du geboren? 1945? In den 50ern? 1960ern? Das ist eine gute Zeit. 1970er? 1980er? Achtziger? Alle, die jetzt leben, gehören dazu. Durch die Vorsteher wies Gott an, wenn ihr die Bundeslade des Herrn, eures Gottes sehen werdet. Und wir wissen, die Bundeslade versinnbildlicht Jesus. Ihr Sühnedeckel, der Gnadenstuhl, worauf das Blut gesprengelt wurde, steht für seinen Tod am Kreuz. Ihr Gold ist ein Ausdruck seiner göttlichen Herrlichkeit. Und ihr Holz zeigt seine Menschlichkeit. In Hebräer 1 steht, dass Jesus die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit ist. Er trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Das kommt durch den kronenartigen Rand des Gnadenstuhls zum Ausdruck. Königliche Kraft. Er sprengelte sein eigenes Blut auf den Gnadenstuhl. Das alles ist in Hebräer 1 nachzulesen. Wir sehen die Bundeslade und wir müssen uns auf den Augenblick gefasst machen, wo sich die Lade in Bewegung setzt. Jesus ist am dritten Tag körperlich von den Toten auferstanden. Das erleben wir Christen bis jetzt in der Regel nicht. Beim Sterben weichen unser Geist und unsere Seele von uns, um beim Herrn zu sein. Richtig? Noch haben wir keine körperliche Auferstehung. Aber Gott sagt, wisst ihr, was geschehen wird? Seht ihr, wie Jesus gestorben und wieder auferstanden ist? Durch die Vorsteher wies er an. Doch soll zwischen euch und ihr etwa 2000 Ellen Abstand sein. 2000 Ellen. Nicht 1000, nicht 3000, sondern 2000. Ungefähr 2000 Jahre, nachdem Jesus von den Toten auferstanden ist, gibt es eine körperliche Auferstehung. Was für eine Zukunft für uns Gläubige. Menschen schauen nach unten und fühlen sich deprimiert. Sie schauen sich um und fühlen sich deprimiert. Wir schauen auf Jesus. So finden wir Ruhe und Segen. Stimmt's? Amen. Gott sagt, kommt ihr nicht zu nahe, damit ihr den Weg erkennt, den ihr gehen sollt. Denn ihr seid den Weg zuvor nicht gegangen. Du aber gebieter den Priestern. Wenn ihr bis an das Wasser des Jordan kommt, so bleibt im Jordan stehen. Und Joshua sprach, kommt her zu und hört. Hört genau zu. Bevor der Jordan sich teilt, tut Gott noch etwas anderes. Es erfordert eine besondere Einsicht, das zu verstehen. Jeder Name, jedes Detail in der Bibel ist aus einem bestimmten Grund da. Und es lohnt sich, dem auf den Grund zu gehen. In Korinther steht, dass all diese Ereignisse im Alten Testament Bilder für uns sind. Griechisch Tupos. Es sind Sinnbilder für uns. So können wir in dem dritten Tag ein Sinnbild für das dritte Jahrtausend nach Christus sehen. Wir sind also die Menschen des dritten Tages. Wir haben die 2000 Jahre überschritten. Wo sehen wir dies? Im Alten Testament. Die Glaubenslehre wird im Neuen Testament erklärt, aber das Alte Testament liefert viele Details dazu. Wir tun gut daran, uns sowohl mit dem Alten als auch mit dem Neuen zu befassen. Denn im Alten ist das Neue verborgen, und im Neuen ist das Alte offenbart. Deine Bibel ist spannender Lesestoff. Ich möchte euch dazu einladen, bei der Grace Academy mitzumachen, wo ich diese Dinge noch genauer ausführe. Denn das alles baut auf Offenbarungserkenntnis auf. Joshua sagt also, kommt herzu und hört. Gott wird etwas für dich und gegen deine Feinde tun. Das geschieht am dritten Tag. Joshua zählt sieben Feinde auf. Die Zahl der Vollkommenheit. Vollkommene Feindschaft. Ganz gleich, welche Form dein Feind annimmt, sei es Depression, Schande, Scham oder Demütigung. Fühlst du dich niedergeschlagen? Die Feinde, die im Land waren, als Joshua an seine Männer einzogen, versinnbildlichen die Feinde, mit denen wir heute zu kämpfen haben. Schauen wir uns die Feinde einmal an. Und Joshua sprach, daran sollt ihr erkennen, dass der lebendige Gott in eurer Mitte ist und dass er die Kanaaniter, Hethiter, Heviter, Peresiter, Girgaziter, Amoriter und Jebusiter gewiss, ganz bestimmt vor euch vertreiben wird. Und die Koviditer, die Omnikroniter, die Affenpockenniter, mit welchen Itern du auch zu kämpfen hast, die Depressiter. Interessant ist, die Bedeutung der Namen nachzuschlagen. Kanaaniter bedeutet im Grunde Geschäftsmann, ein Händler, jemand, der Tauschhandel treibt. Die Kanaaniter sind Menschen, die Tauschhandel treiben. Warum ist das etwas Schlechtes? Warum ist das ein Feind? Weil man im Reich Gottes – jetzt hör genau zu – als Erstes seine Selbstgerechtigkeit besiegen muss. Man muss die Vorstellung aufgeben, dass man mit Gott Tauschhandel treiben kann. Wenn ich das und das leiste, tut Gott das und das für mich. Nein, das stimmt nicht. Diesen Tauschhandel muss man sein lassen. Erlösung ist kein Handel. Die Frau im Park erzählte mir auch von ihren guten Werken. Ich tue dieses und jenes. Ich musste diese Selbstgerechtigkeit mit einem göttlichen Fingerspitzengefühl zerstören, weil ich sie ans Ende ihrer Selbst bringen musste. Ich musste ihr im Grunde sagen, schau dich an, du bist deprimiert. Wenn du angeblich das Richtige glaubst, dann frage dich, warum du so deprimiert bist. Warum spürst du in der Nacht diese dunklen Mächte? Das zeigt, dass du an etwas Falsches glaubst. Richtig? Also als Erstes müssen wir die Vorstellung ablegen, ich muss Gott etwas geben, damit er mir etwas zurückgibt. Lieber Mensch, du kannst Gott nichts geben, denn alles, was du hast, kommt von ihm. Selbst als David Gott viele Reichtümer gab, fügte er hinzu, Reichtum und Ehre kommen von dir. Wir bilden uns etwas darauf ein, dass wir Gott zehn Prozent unseres Einkommens geben. Welcher Senior Partner begnügt sich mit zehn Prozent? Bist du der Chef oder ist er der Chef? Und dann beschweren wir uns noch. Zehn Prozent, das ist so viel. Oh, diese Kirchengemeinde, die will nur dein Geld. So wollen das die Medien darstellen. Aber frage dich mal, wo in der Welt findet man ein Unternehmen oder ein Geschäft, wo der Senior Partner sich mit zehn Prozent begnügt? Ach, all mein Geld gehört ja sowieso Gott. Hast du so etwas schon mal gehört? Das ist wie ein Mann, der zwar beteuert, ich liebe meine Frau, doch ich liebe meine Frau. Aber am besten fragt man dann mal die Frau. Verehrte Damen, würden Sie sich damit begnügen, mit einem Mann, der bloß anderen gegenüber beteuert, ich liebe meine Frau? Nein, ihr wollt es täglich von ihm selbst hören. Ihr wollt es in praktischen Taten sehen. Ist schon in Ordnung. Ich brauche euer Amen nicht. Amen, Pastor Prince. Amen. Ich habe gelernt, mich selbst zu ermutigen. Mich selbst zu ermutigen wie David früher. Kleine Gemeinde, große Gemeinde, großes Publikum oder nicht, es spielt nicht wirklich eine Rolle. Eure gute Meinung von mir ist zwar schön, aber nicht notwendig. Ja, das meine ich ernst. Das Gleiche gilt für Social Media. Wenn du etwas auf Instagram oder woanders postest und nicht viele Likes oder Kommentare bekommst – schöne Kommentare sind schön, aber nicht notwendig. Habe diese Einstellung. Notwendig ist das, was Gott über dich sagt. Und was deine Frau über dich sagt. Oder deine Familie. Aber Gott kommt zuerst. Amen. Amen. Also, die Kanaaniter sind Tauschhändler. Als nächstes kommen die Hethiter. Der Name leitet sich vom Wort Heth ab, was Schrecken, Angst bedeutet. Er wird dich davon befreien, von der Selbstgerechtigkeit, vom Geist des Tauschhandels. Er wird dich in seine Gnade führen. Und er wird dich von Angst und Schrecken befreien. Mit welcher Angst hast du zu kämpfen? Angst vor der Nacht? Angst beim Einschlafen? Angst davor, deine Kinder zu verlieren? Angst vor der Zukunft? Angst vor Mangel, dass du nicht genug Hühnchen hast? Was ist deine Angst? Du musst dir nicht sagen, welche Angst du auch hast. Gott verspricht, dass er deine Angst und deinen Schrecken gewiss vor dir vertreiben wird. Wann? Am dritten Tag. Der dritte Feind, den er vertreibt, sind die Heviter. Der Name Heviter bedeutet Besetzer. Gemeint sind Hausbesetzer, illegale Siedler. Sie siedelten sich gewöhnlich nicht in größeren Ortschaften wie Jerusalem an, sondern nahmen sich die Häuser von Dörfern. Sie nahmen sich die Häuser und das Land anderer und siedelten sich dort an. Sie nahmen sich das, was ihnen nicht gehörte. Hörst du? Vielleicht gibt es bestimmte Lebensbereiche bei dir, die der Feind gerade besetzt. Vielleicht sind es deine Kinder. Vielleicht werden sie mehr von der Welt beeinflusst als von dir. Amen? Besetzer haben Besitz von ihnen ergriffen. Vielleicht haben sich Besetzer auf deinem Glaubenssystem niedergelassen. Du glaubst etwas und erlebst keine Frucht. Du erlebst nicht die gute Frucht deines Glaubens. Warum nicht? Weil einige Besetzer dir das Wort Gottes geklaut haben. Satan hat dir das Wort weggeschnappt und es durch etwas anderes ersetzt. Einen falschen Glauben. Und nun erntest du die falschen Resultate in deinem Leben. Manchmal rät man Menschen von bestimmten Dingen ab, aber sie wollen es trotzdem tun. Und später sieht man, wie sie zu Fall kommen. Und dann fragt man sich, warum haben sie meinen Ratschlag nicht beherzigt? Eltern wissen, wovon ich rede. Wir erteilen unseren Kindern bestimmte Ratschläge, weil wir nicht wollen, dass sie auf die Nase fallen. Wir wollen nicht, dass sie dasselbe durchmachen wie wir – den Schmerz, den wir selbst in der Vergangenheit erlebt haben – bis sie es dann am eigenen Leib spüren. Nun, es gibt zwei Schulen. Es gibt die Schule des Heiligen Geistes und es gibt die harte Schule des Lebens. Ich empfehle die Schule des Heiligen Geistes. Es gibt Menschen, die Jahr um Jahr die gleiche harte Tour durchmachen und immer noch nicht lernen. Schau jetzt nicht deinen Ehepartner an. Schau nur Pastor Mark an. Nein, Pastor Mark ist erstklassig. Die Weisheit, die er hat, die Dinge, die aus seinem Mund kommen. Da denke ich manchmal, wow, Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern ein Vater im Himmel. Okay, bei welcher Feindeszahl sind wir jetzt? Nummer vier, die Peresiter. Wer sind die Peresiter? Auf Hebräisch steht Peresiter für ein Dorf ohne Schutzmauer. Ist das gut? Nein. In den Zeiten der Bibel war ein Dorf, das keine Mauer hatte, ungeschützt. Man denke an Nehemiah. Eine der ersten Prioritäten, als die Juden nach Jerusalem zurückkehrten, bestand darin, was zu bauen? Die Mauer, zum Schutz. Was versinnbildlicht das? Bist du in einer Lage, wo du dich dem Feind gegenüber ungeschützt fühlst? Fühlst du dich verwundbar, schutzlos? Weißt du, beim Schlafengehen abends gibt es nichts Besseres als die Gewissheit, dass du geschützt bist. Auch deinen Kindern kannst du im jungen Alter dieses Gefühl vermitteln. Jesus hält dich beim Schlafen in seinen Armen. Das steht in der Bibel. Er weidet seine Herde wie ein Hirte. Er nimmt seine Lämmer in seinen Armen. Dieses Lied basiert auf einem Vers in Jesaja. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er im Arm tragen und sie auf seinem Schoß halten. Und trägt sie in seinem Schoß und führt sorgsam die, die Junge tragen. Die schwangeren Mütter leitet er ganz sanft. Wie gesagt, dieser Vers stammt aus Jesaja. Er weidet seine Herde. Er hält seine Lämmer auf seinem Schoß. Und die Mutterschafe führt er sorgsam. Das ist ein Bild für den pastoralen Dienst, den Hirtendienst. Dadurch sollte er sich auszeichnen. Also vermittle dieses Gefühl der Geborgenheit. Nicht nur gegenüber Kindern. Denn der Kern von Depression ist ein Gefühl der Hilf- und Schutzlosigkeit. Menschen haben das Gefühl, ich bin nicht geschützt. Ich bin ganz allein. Ich fühle mich so verletzlich. Lieber Zuschauer, in seinen Armen musst du dich nicht schutzlos fühlen. Er wird den Feind der Schutzlosigkeit aus seinem Leben vertreiben. Hörst du, diese Schutzlosigkeit ist ein Feind. Der Feind kommt und will dir vermitteln, es gibt keinen Schutz. Du bist ganz auf dich gestellt. Du musst dich selbst durchschlagen. Niemand kümmert sich um dich. Ihr kennt bestimmt alle dieses alte Kirchenlied. Okay, der letzte Feind. Nein, nicht der letzte. Wo sind wir jetzt? Helft mir. Ich leide unter Jetlag. Kommt. Der Fünfte. Sehr gut. Die Girgazita. Zunächst einmal muss man die richtig aussprechen können. Sagt mal, Girgazita. Girgazita. Die Girgazita. Der Name bedeutet, in Ton stehen oder sich darin wälzen. Wörtlich, Bewohner des Tons. Ton steht für unseren Körper. Reibt man an unserem Körper, kommt Ton heraus. Unser Körper ist aus der Erde gemacht. Und schließlich kehrt er auch wieder zur Erde zurück. Warum lachst du so laut, Lawrence? Gut, Lawrence ist so muskelbepackt. Wenn man an ihm reibt, kommt Diamantenstaub heraus. Das ist klar, Bruder. Also, was für sinnbildlichen die Girgazita? Menschen, die sich vom Fleisch prägen lassen. Gott wird dich davon befreien, im Fleisch zu sein. Das ist ein Großteil des Problems. Hör genau zu. Durch die Wiedergeburt sind wir nicht mehr im Fleisch, sondern im Geist. Wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Aber wir müssen lernen, im Geist zu wandeln. Darauf zielen viele Gottesdienste und viele meiner Predigten ab. Zu lernen, im Geist zu wandeln. Sich im täglichen Leben vom Geist prägen zu lassen. Okay, kommen wir zum letzten Feind. Die Amoriter. Der Name kommt von dem Wort Amar, das in abgewandelter Form in Formulierungen wie Vayomer Moschee, Mose Sprach, vorkommt. Die simpelste Bedeutung des Wortes ist Sprechen. Aber es kann auch eine negative Bedeutung haben, nämlich Verleumdung. Zudem ist mit Amar nicht das Sprechen im Privaten gemeint, sondern öffentliches Sprechen. Er wird dich von öffentlicher Verleumdung befreien. Ich möchte noch kurz etwas über Social Media sagen. Christen kommen dort nicht gut weg. Ja, ich weiß, zum Teil sind wir selbst daran schuld. Aber es besteht schon eine starke Ausrichtung, eine starke Tendenz, die antichristlich ist. Größtenteils. Deshalb, glaube nicht alles, was du auf Social Media liest. Glaube lieber dem Wort Gottes. Die Bibel wurde von Gott inspiriert und ist durch die Generationen hinweg erhalten geblieben. Himmel und Erde werden vergehen, hat Jesus gesagt, aber meine Worte werden nie vergehen. Die Worte von Menschen werden vergehen. Glaube nicht alles, was du liest. Ich weiß, das, was uns auf Social Media gezeigt wird, richtet sich auch nach unseren persönlichen Vorlieben. Die Algorithmen versuchen unsere individuellen Interessen zu berücksichtigen. Aber es kommt vor, dass ich auf nichts dergleichen geklickt habe und mir trotzdem Dinge gezeigt werden, die ich nicht sehen will. Das ist Absicht. Dinge, an die ich nicht glaube, werden mir direkt vor die Nase gesetzt. Oder? Mit solchen Dingen kommt man leicht in Berührung. Und denk daran, bei allem, was du liest, gibt es immer eine andere Seite der Geschichte. Eine Seite, die man dir nicht zeigt. Verlasst euch nicht auf den Menschen, der doch von der Atemluft abhängig ist, steht in der Bibel. Was kann man von ihm schon erwarten? Verlass dich nicht auf Menschen. Verlass dich lieber auf Gott, den Allmächtigen, der nicht lügen kann. Also, er beschützt dich vor Verleumdung, besonders öffentlicher Verleumdung. Zuletzt die Jebusiter. Jebus hat mit einem Dreschboden zu tun, zertrampelt und unterdrückt zu werden. Gott wird dich aus der Lage befreien, wo du dir wie ein Fußabtreter vorkommst. Hast du das Gefühl, dass du oft beschämt und erniedrigt wirst? Davon wird er dich befreien. Statt zertrampelt zu werden, statt deprimiert zu sein, wirst du Gottes Beförderung erleben. Er wird dich mit Liebe, Freude und Frieden beflügeln. Denk nicht in erster Linie an eine berufliche Beförderung, sondern an Liebe, Freude und Frieden daran, dass deine Denkweise von Gott beflügelt wird. Jetzt aufgepasst! Joshua sagt durch den Heiligen Geist, Gott selbst sagt das, denn im Vers davor, Vers 9, sagt Joshua, Kommt herzu und hört die Worte des Herrn. Das sind nicht Josuas Worte, sondern Gottes Worte. Am dritten Tag werden unsere Feinde vernichtend geschlagen. Das wird geschehen. Wir erleben momentan, wie sie einer nach dem anderen eintreffen. Aber man beachtet, dass Verleumdung fast ganz zum Schluss kommt. Es wird geschehen. Gott wird diese Feinde auslöschen. Diese Dinge werden geschehen. Eine Zusage Gottes in 5. Mose 28 lautet, Dann werden alle Völker der Welt sehen, dass ihr das Volk des Herrn seid, und werden sich vor euch fürchten. Es wird eine Zeit kommen, da kann es Schwierigkeiten bringen, Christen zu verleumden. Allerdings nicht, indem wir Schwierigkeiten machen. Als Christen sollen wir immer segnen. Wir sollen denen, die uns verleumden, Gutes tun. Aber irgendwie wird etwas geschehen, sodass Menschen einen Christen lieber nicht verleumden wollen. Das werden wir erleben. Okay, kommen wir zum Abschluss. Springen wir zu Vers 11. Die Bundeslade soll vor den Israeliten hergehen. Dann Vers 12. So nehmt nun aus den Stämmen Israels zwölf Männer. Zuerst kommt Jesus. Siehe, die Bundeslade wird vor euch hergehen. Lass Jesus immer vorangehen. Pass auf, welchem Leiter du folgst. Denn Jesus hat in der Gemeinde Leitungsrollen eingerichtet. Pastoren, Lehrer, Evangelisten und so weiter. Aber nicht jeder Leiter führt einen ins gelobte Land. Leiter können einen auch vom gelobten Land fernhalten. Erinnerst du dich an die ungläubigen Kundschafter der Israeliten? Sie hielten eine ganze Generation vom Land fern. Also, so nehmt nun aus den Stämmen Israels zwölf Männer, zwölf Leiter. Wenn dann die Fußsohlen der Priester im Wasser des Jordan stillstehen, so wird das Wasser des Jordan, das Wasser, das von oben herabfließt, abgeschnitten werden. Und es wird stehen bleiben wie ein Damm. Als nun das Volk auszog aus seinen Zelten, um über den Jordan zu gehen und die Priester die Bundeslade vor dem Volk hertrugen, in allem, was wir tun, sollen wir Jesus erhöhen. Wenn Menschen die Aufmerksamkeit auf uns lenken wollen, lenken wir sie auf Jesus. Es geht um Jesus. Amen? Preis den Herrn. Amen? Praise the Lord. Halleluja. Vers 15. Und als die, welche die Lade trugen, ihre Füße am Flussrand in das Wasser tauchten, da stand das Wasser, das von oben herabkam, aufgerichtet wie ein Damm, weit entfernt bei der Stadt Adam, die neben Zartan liegt. Erstaunlich. Gott ließ den Jordan bis ganz zurück nach Adam zurückgehen, einer Stadt namens Adam. Den Ort gibt es auch heute noch in Israel, am Jordan. Warum Adam? Weil damit zum Ausdruck kommt, der ganze Fluch, die ganzen bösen Folgen des Sündenfalls von Adam. Gott wird sie alle wieder rückgängig machen. Er wird sie zurückschlagen. Und dann wird noch etwas Interessantes erwähnt. Es gibt keine bedeutungslosen Details. Und zwar liegt die Stadt Adam neben Zartan. Das bedeutet Not oder Schwierigkeit. All die Nöte und Schwierigkeiten, die Adams Sündenfall uns gebracht hat, werden rückgängig gemacht. Sie werden zurückgeschlagen. Wann? Am dritten Tag. Das muss man betonen. Okay, zum Schluss will ich noch mal zu dem Punkt zurück, dass das Wasser erst dann zurückging, als die Priester, die die Bundesleide trugen, ihre Füße ins Wasser tauchten. Gehen wir noch mal zurück zu Vers 13. Wenn dann die Fußsohlen der Priester, welche die Lade des Herrn, des Herrn der ganzen Erde tragen, im Wasser des Jordans stillstehen. Wann teilt Gott den Jordan? Wann bleibt das Wasser stehen? Sobald sie ihre Fußsohlen in den Fluss setzen. Gott schenkt dir seine Gnade nicht schon, bevor sie gebraucht wird. Angenommen, dir steht morgen irgendein Kampf bevor. Vielleicht hast du eine Präsentation oder etwas zu machen, worüber du dir Sorgen machst, weil es dir gefühlsmäßig gerade an Mut, Inspiration oder Kraft fehlt. Dann hört zu. Das ist ein Prinzip Gottes. Gott rüstet seine Kämpfer, nicht schon heute, mit dem Mut für den morgigen Kampf aus. Wann gibt Gott uns Kraft und Mut? Wenn wir dem Feind Auge in Auge gegenüberstehen. Mach dir also heute keine Sorgen. Mach dir heute keine Sorgen. Er wird dir morgen geben, was du morgen brauchst. Deshalb sagt Jesus, sorgt euch nicht um den morgigen Tag. Die Gnade ist für heute. Als die Priester vor dem reißenden Jordan standen, der über die Ufer trat, sahen sie keinen Weg, ihn zu überqueren. Aber was sagte Gott? Geht in den Fluss hinein. Stell dir das mal vor. Versetz dich mal in sie hinein. Gehe in ihre Fußstapfen, in ihren Sandalen. Stell dir vor, wie du dem reißenden Fluss immer näher kommst, der über die Ufer tritt. Bestimmt hast du schon Aufnahmen von Tsunamis gesehen, oder? So musst du dir die Stromschnellen vorstellen. Sie reißen alles mit und du gehst darauf zu. Und Gott teilt den Fluss immer noch nicht. Stell dir vor, wie die Priester sich am Vorabend über die Flussüberquerung Sorgen machten. Den können wir nicht überqueren. Keiner von uns ist ein guter Schwimmer. Hey, Nathan, kannst du schwimmen? Bestimmt fühlte sich keiner von ihnen vorher mutig. Gott gibt uns nicht heute schon die Gnade für die morgige Not. Selbst als die Priester auf den Fluss zugingen, gab Gott noch nicht die Gnade. Gott bahnt uns keinen Weg, bevor wir ihn bestreiten. Erst wenn wir mittendrin stehen. Ich glaube, das ist damit gemeint, dass man ins Wasser treten muss, bevor der Fluss sich teilt. Sobald die Fußsohlen der Priester das Wasser berührten, trat Gott in Aktion. Das ist ein Prinzip von Gottes Versorgung. Er versorgt uns erst mitten in unserer Not. Geh im Glauben. Die Versorgung wird kommen. Es erfordert Glauben. Es erfordert Glauben. Verstehst du? Es erfordert Glauben. Wir würden lieber sagen, Gott, gib mir jetzt den Mut. Dann kämpfe ich auch gegen Goliath. Dann kämpfe ich morgen. Gib meiner Hand Kraft. Wie David sagt, er lehrt meine Arme, den ehrenen Bogen spannen. Gib mir jetzt diese Kraft. Ich spüre sie noch nicht. Morgen steht mir der Konflikt bevor, Herr. Schenke mir jetzt den Mut. Das tut er nicht. Das tut er erst, nachdem wir im Vertrauen auf ihn Schritte wagen und mittendrin stehen. Direkt vor dem Riesen. Direkt in einer Not. Direkt vor einem verschlossenen Tor. Es ist ausweglos. Oder der reißende Strom. Man wagt den Schritt und die Versorgung kommt. Die Witwe in der Bibel, die kurz davor stand, ihre Söhne in die Sklaverei verkaufen zu müssen, weil die Gläubiger ihres verstorbenen Mannes ihr im Nacken saßen. Erinnerst du dich, was Elia ihr sagte? Erinnerst du, was Elia ihr sagte? Leih dir viele leere Gefäße aus. In der Nachbarschaft kann das nicht schwer gewesen sein. Also holte sie sich leere Gefäße. Sie hatte bloß ein kleines Fläschchen Öl. Und nun machte sie sich daran, das Öl in all die leeren Gefäße zu gießen. In dem Moment, wo sie zu gießen begann, ereignete sich das Wunder. Doch das Öl vermehrte sich nicht schon, als sie die Gefäße auslieh. Es vermehrte sich nicht, als die Gefäße im Haus standen. Es vermehrte sich nicht, als die Kinder hineinschauten. Es vermehrte sich erst beim Gießen. Diene dem Herrn. Opfere deine Zeit beispielsweise im Kinderdienst, wo gerade Bedarf für Mitarbeiter besteht. Während du ausgießt, gießt Gott nach. Es gibt nichts Schlimmeres als abgestandenes Öl. Behalte dein Öl nicht für dich, sonst wird es nur ranzig. Abgestandenes Öl schmeckt nicht. Wer von euch isst gerne Fisch, der in frischem Öl gebraten ist? Es gibt Straßenhändler, die frittieren die Sachen immer wieder im selben Öl. Alles, was sie an einem Tag frittieren, tun sie ins selbe Öl. Das kann sogar schädlich sein. Man muss das Öl auswechseln. Mir haben Straßenhändler sogar schon erzählt, noch schlimmer. Mir wird mein gebrauchtes Öl von Leuten abgekauft, die es an andere Straßenhändler verkaufen. Ich gebe den Leuten immer frisches Öl. Das hört sich doch biblisch an. Wir sollen mit frischem Öl gesalbt sein. Amen? Aber wie bekommen wir frisches Öl? Indem wir das Öl ausgießen. Dann bleibt es immer frisch. Fließendes Wasser bleibt immer frisch. Fließendes Wasser bleibt immer frisch. Amen? Folgst du mir? Also, die Versorgung Gottes kommt nicht schon vorher, sondern erst, wenn du mittendrin stehst. Vage Glaubensschritte. Dann wirst du erleben, wie die Versorgung fließt. Preis dem Herrn. Amen? Halleluja. Halleluja. Danke, Herr Jesus. Wir wollen alle aufstehen. Danke, Jesus. Amen? Die von euch, die noch nicht errettet sind, die ihr Vertrauen noch nie bewusst auf Jesus Christus gesetzt haben, jetzt ist die Gelegenheit dazu. Bete mit mir. Vater im Himmel, sag es. Ich setze mein Vertrauen auf den Herrn Jesus Christus, auf ihn allein, um mich zu retten. Ich glaube, dass Christus für meine Sünden gestorben und für meine Rechtfertigung von den Toten auferstanden ist. Durch Christus hast du mich gerecht gesprochen. Einst war ich ein Sünder, jetzt bin ich eine neue Schöpfung. Und Vater, fülle mich mit deinem Heiligen Geist. Jesus Christus ist mein Herr. Jetzt und für immer. Im Namen von Jesus. Und alle Leute sagen, Amen. Preis dem Herrn. Preis den Herrn. Gott segne euch alle. In dieser Woche gehe der Herr vor dir her, um dir einen Weg zu ebnen und dich mit seiner Gunst zu beschenken. Aber denk daran, erst wenn du deiner Situation direkt gegenüberstehst, wird diese Gunst fließen. Preis den Herrn. Gott segne dich. Bis zum nächsten Mal.